Heute aktivieren wir unsere Meridiane, damit du richtig fit werden kannst. Nimm deine rechte Hand und klopfe auf der linken Brust und Schulter. Atme und klopfe so fest du magst die Hand nach unten. Auf der Rückseite gehst du nach oben, klopfst die Schulter und deinen Nacken. Und dann nimm deine linke Hand, klopfe an der Schulter, Innenseite nach unten, Außenseite hoch und geh nach hinten zu deinen Rippen und klopfe außen am Körper nach unten. Innenseite wieder hoch und nochmal auf deine Nieren hin und dann locker aus, nimm noch einen Atemzug. Atme ein und streck dich nach oben, so weit du kannst. Atme aus. Atme ein, streck dich nach oben und dreh dich nach links. Atme aus. Atme nach oben und streck dich nach rechts. Wieder ausatmen. Atme noch einmal ein und streck dich auf die linke Seite. Atme aus, streck dich nach oben, einatmend auf die rechte Seite und dann lockere die Arme, schüttel nochmal aus und fühle dich so richtig frisch. Atme aus, wo willst du denn hin? schüttel nochmal mit der lást Excelב aus.